Gefeiert wurde am Freitag im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda. Den Tag der offenen Tür nutzten zahlreiche Besucher, um alle Freizeitangebote des Treffpunktes kennenzulernen. Neben dem beliebten Kinderschminkstand konnte zum Beispiel am Glücksrad gedreht, auf die Torwand gezielt oder auf der Hüftburg getobt werden. Verschiedene Tanzgruppen, die zum Teil im Ossi trainieren, stellten dem begeisterten Publikum ihre Choreografien vor.